So, Es wird uns im Zielbereich die Verfahren anfangs gedenken, dass sie hier ein bisschen weiter in die letzte Röpfe hineinschieben. Aus Sicherheitsbrüche sind aber egal, dass sie nicht so gut waren, aber nicht so gut waren, aber nicht so gut waren, aber nicht so gut sind. Sie nutzen etwas aus, besonders spätestens spektakulär, aber die Mauer von der Röpfe sind hier unten. Die Mauer von der Röpfe sind hier unten in der Röpfe. 2016 die Europäische Lensperial in den Echthaus. Der Röpfe, der Schirm muss wieder in Europa. Anfänger, der Fülle stoppt in Deutschland zum Wohlstand, bei der Gegend nach Budapest, die Mauer von Adnestaube und Norwegen und das große Finale, dann in Prag. Ich bin ein Hüttel, dann dürfen wir gespannt sein. Das ist der Kiel, das ist der Kiel, das ist der Kiel, Thomas Zaidig, das ist der Kiel, das ist der Kiel, das ist der Kiel, das ist der Kiel,